Noo, vier Sekunden, drei, zwei, eins, noo. Es hat uns! Okay, wir fliegen an Bord. Yo. Da ist auch einer. Wir kriegen Energie oder Zeit? What the fuck? Oh. Na los. Es geht los. Oh yeah. Oh, wie nice. Einfach mal hinterher. Doch, doch, der macht schon richtig hier. Ich such euch einen Weg um die Patrouillen herum. Passt aufeinander auf. Wenn jemand euch sieht, war's das. Verdammt. Bei der Sicherheitstür. Kurz warten. Da ist die Sicherheitstür. Gegner vor euch, aber sie fliegen weiter. Wenn die Luft rein ist, darf nicht die Tür. Alle hier. Okay, sie sind weg. Ein Moment. Let's go. Let's go. Komm schon, komm schon. Geschafft. Los geht's. Wenn euch jemand sieht. Wenn euch jemand sieht, rennt so schnell wie möglich über die Brücke. Da ist die Brücke hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr wurdet gesehen. Schwer rein. Let's go. Die kriegen wir uns nicht. Wird eingesperrt. Was ist das? Die ganzen Verbindungen zwischen den Eldians und allen anderen. Okay, ich muss kurz nachdenken. Da vorne ist deine Transportröhre, das könnte klappen. Bitte mach hier auf. Alter, wie voll das einfach ist. Ah, durch die Transportröhre kommt ihr an den Patrouillen vorbei. Ah, hier erstmal gucken. Was ist das? Okay. Ab durch die Röhre. Nein. Das wäre nice, wenn man jetzt nicht den Rand berühren dürfte. Oder so. Aua. Ich wusste es. Sterben wäre doof in so einem Event. Bin ich ehrlich? Wir sind wohl sicher. Los, los, los. Go, 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 go. Hälfte links, Hälfte rechts. Alle gehen. Hallo. Ey. Die EO wachen. Oder? Was machen die da? Die züchten die Aliens. Oder sind Gefangene. Okay, weiter geht's. Okay. Wir gehen hier lang. Aua. Ab geht's. Ab geht's. Juuu. Ah. Sehr gut. Die Bomben sind da. Oh oh. Wäre nice, wenn jetzt alle Rätsel lösen müssten. Ich bereite hier alles vor. Bleib mit den Ruckzecken bei den Borten. Okay. 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 Beginne die Scharfschaltungssequenz. Moment, was passiert hier? Oh. Das Signal ist abgebrochen. Mir fällt schon was ein. Überlebt einfach. Okay. Dann wird's jetzt eklig. Shit. Wer ist das? Wie das? Nee. Oder dieser Würfel? Ich kenn mich ja nicht so aus. Okay. Aliensprache oder was? Okay. Wir müssen dieses Ding schnell fertig machen. Waffen wären nice. Gibt's aber nicht. Unsere Rucksäcke werden jetzt bopfen. Bereit machen! Okay. Problema. Wir haben ihn. Wir müssen die Bocken scharf machen. Jetzt! What the fuck? Die Sequenz ist soweit. Fast geschafft. Wir sind fertig. Okay. Timer. Und weg. Ihr habt euren Teil getan? Jetzt muss ich meinen tun. In diesem Krieg sind wir einfach hoffnungslos unterlegen. Ich hole euch nicht zurück. Nicht wenn dadurch dieses Ding auf die Insel zurückkehren kann. Über und weg. Über und weg. Das könnte eine geile Explosion werden. Wir holen uns selbst hier raus. Wenn du es schon nicht machst. Wir holen uns selbst hier raus. Wir holen uns hier raus. Ich lasse mich mal rein. Yeah! Okay, was haben wir jetzt dadurch gewonnen? Oh shit, wir fahren hoch. Minute 20 noch. Wir fahren einfach hoch. Noch ist alles schwarz. Eine Minute noch. Als ob da noch was zu tun ist. Vögel. Irgendwo hier. Irgendwo muss es weitergehen. What the fuck? Independence Day, oder was? Wie kommt man da hin? What the fuck? Wie sieht das denn aus? Oh shit, wir stützen ab. Okay, wir sind Rucksack los. Können wir da hinsteuern? Nee, ich kann nichts machen gerade. Oh. Yo. Das Ding wird sowas von abstürzen. Und halb aus dem Boden rauspucken. Und wir werden jetzt umgerissen von einem sehr kleineren Wecken. Ja. Nice. Richtig nice gemacht. Fortsetzung folgt einfach. In Saison 8. Okay, beginnt erst in 13 Stunden. Take me away. Take me away. And I will try to, try to let you go, baby. When you say you will, I'll try to, try to let you go, go, go. Take me away, baby. Take me away. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020